Liebe Freunde, bei dieser Wahl am 26. Mai, und ich bitte euch um eines, steht auf für Österreich, geht hin zu dieser Wahl. Wir haben das letzte Mal unter 50 Prozent Wahlbeteiligung gehabt. Wenn die Wahlbeteiligung so gering wird, dann wird diese Reform nicht in dem Ausmaß kommen können, wie wir sie alle wünschen. Man kann nur sagen, den Multikulturalisten, den Internationalisten, den EU-Zentralisten, es reicht uns.